so hallo willkommen zurück hier bei the evil within und das in einem ganz speziellen horror haus wo wir letztes mal geflüchtet sind von diesem weißen kerl und jetzt rein da jetzt geht es weiter wir betreten jetzt die oberen räume zwar hier dieser tür genau hier haben wir schon gemacht ja genau gut machen wir hier weiter vielleicht ist hier irgendwas wir müssen mal langsam runter und hier in den ankel schleichen so der pump so nie mehr gut oh nein oh fuck oh scheiße 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 oh nein komm schon schnell oh nein komm schon jetzt oh leck mist verdammt okay sehr gut wieder hier na du bist schon boah boah war das knapp bin ich denn jetzt hergekommen ach das habe ich gar nicht gesehen schau ein okay wieder zurück den ganzen weg was 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 Ja. Haha. Haha. So. Tch. Okay, machen wir auch wieder die Lippe. Die Lippe sind wohl Leben oder was? Die scheiß Tür auf da. So. Wo reichen die jetzt? Oh oh. Haha. Sehr gut. Gut, dass ich das gemacht hab jetzt. Die Emulation der cortikalen Region mit maximaler Frequenz hat sich als wenig wirksam herausgestellt. Die Probanden schreien und schreien, aber sie sterben zu schnell. Individuelle Einstellungen zeigen bessere Ergebnisse. Die einzige Frage ist, auf welche Region ich mich konzentrieren sollte. Angst, Hoffnung, Einwilligung, Vertrauen, Neid. Drei davon sind von zentraler Bedeutung, doch welche öffnet die Tür? Welche nur? Doch welche öffnet die Tür? Welche nur? Uah. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh leck. Danke. Oh nein. Oh leck. Danke. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was denn nun? Oh. Oh nein. Oh nein. Das war krass. schnapp jetzt. so gleich mal hier voll tanken. sehr gut, boah, sollst kurz warten bis wir da beruhigt sind, was ist jetzt? okay, so nehmen wir die Axt in die Hand, so gehen wir jetzt da hoch. oh, boah, genau, oh, noch ein Zahnrad, uh, 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 so, 500, oh, oh, ich hör was, ich hör was, wo, wie, was, wo, wer? ah, wo denn? scheiße fuck oh nein oh, warte, 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 warte äh, bleh hier oh nein oh fuck, oh fuck, oh fuck munition alle oh, scheiße, scheiße oh shit da komm haha oh nein oh nein ey, was denn jetzt so, jetzt aber oh, meine Fresse, ey was soll denn der scheiß da oh 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 leck mich doch egal gehen wir runter oh oh so la so haben wir noch irgendwas ich sehe gar nichts es blendet voll also hier war es nichts mehr hier vielleicht noch ne ne ok hier war nichts mehr ne so dann speiche ich glaube ich mal wieder besser ist bevor ich das ganze nochmal mache haben sie etwas vergessen? so sehr gut gut weiter geht's jetzt gehen wir mal hier lang da war ich schon oder? ne da war ich schon wir gehen nochmal oben rein lang in die anderen räume ich glaube da war ich noch nicht überall so hier zum beispiel das hat man schon da ist nichts hier ist auch nichts aber ich lieber es da nehmen ok ok hm 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 ach guck an hey ich sehe nichts ich sehe nichts es blendet voll achso hier ok hier war ich schon hier war ich schon hier war ich schon hier waren die Messer die Schafe hier hier ist ok aber da vorne ist noch ein Raum hier hier war ich schon drin ok das war ja das Klo geht's hier hinten weiter oh Hilfe Hilfe ok hier rein Was jetzt denn zu Blenden würde? Oh oh. Ach, jetzt bin ich hier wieder. Ah, versteh schon. Okay. Dann ist das da hinten, ne? Ja, okay. Gut. Da muss ich unten weitergucken. Ich hab doch Zahnräder. Wo kommen die hin? Am unteren Zahnrad. Hat er gesagt. Ne, warte mal. Am unteren Zahnrad. Ist hier irgendwas? Vielleicht irgendwas übersehen? Ne. Ne, ist nix. Okay. Dann gehen wir uns mal raus da. Geh mir hier nochmal rein. Habe ich hier wirklich alles? Ich hab zwar die Zahnräder, aber machen kann ich nix. Die Frage ist, wo? Wo kann man das machen? Vielleicht vorne. Hier irgendwo. Nur Stühle. Geht immer raus. Ach du Scheiße. Hier geht's ja weiter. Oh fuck. Oh nein. Gar nix sehen. Ha. Geh. Ich hab den Raum gar nicht gesehen. Egal. Machen wir hier kurz nen Prozess. Hier ist gar nix. Da ist was. Ah, danke. Hm. Oh Gott, ich hör schon wieder was. Oh nein. Warte mal. Ich hab nur das noch. Oh fuck. Was, was, was? Danke. So. Ist da irgendwas drin? Bitte. Yes. Geht doch. Scheiß Tuch da. Ich hasse das Tuch. Hier ist nix drin. Nochmal. Cool. Gleich auffüllen hier. Okay, hier scheint nichts mehr zu sein. Ah, da, 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 da. Na gut, hier ist nix drin, oder? Na, komm. Das muss sein. Oh oh. Hala lolol weh. Tch. Boah. So. Nehmen. Gleich auffüllen. So Und wieder rein da oben Nehmen wir's gleich So Okay Hier sind noch Sachen Sehr gut So, das wird mir echt Spaß am Zeugen mit dem Zeug Was, was? Haben wir noch was? Entschuldigung Schluck So, ich würde gerne mal speichern wieder Schade Notiz aus Musikzimmer im Anwesen Zwei Welten getrennt durch einen zerklüfteten Abgrund Darüber gesichtslose Beobachter Sie verlachen die Tragöde Und unten hilflose Opfer, die alles verlieren Ah Benutzen Ja und nu? ... ... ... ... ... ... ... Tut sich da was, oder? Hm. Komisch. Äh, wo sind denn die Notizen? Die waren doch irgendwo. Na, das wollen die nicht. Hm. Wo waren die Notizen? Scheiße. Ja, woher weiß ich jetzt, wie es eingestellt wird? Hm. Hm. Oh, wey. Warte mal. Ich fand es. Warte mal. Ne, Archiv nicht, oder? Archiv? Na, Quatsch. Ich weiß es nicht. Wo habe ich das? Ah, doch, hier. Oh, Mann. Puh. Gibt's nicht. Okay. Kartenteile, Zeitungen, vermisste Personenaufnahmen, Kettensäge. Okay. Tagebucheintrag, das haben wir noch nicht. Mausrad. Scrollen. Ja, hallo. Ja, hallo. Scroll doch. Hm. Musik aus Notizzimmer. Hä? Tja. Leichen gefunden. Leslie? Hä? Tja. Tja. Ja, und wo sehe ich das jetzt? Ich habe keine Ahnung. Ich kann jetzt nicht jetzt Dinge einzeln durchmachen, oder? Nee, es bringt nichts, warte mal, Quatsch. Ähm, muss ich mal gucken. Hm. Tja. Ja, wo muss ich gucken? Wo? Tja. Ich habe ja keine Notiz gehabt, wo das drauf stammt. Das ist ja das. Ich habe nichts gehabt. Oh, wei. Oh. 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 Sie gehen nochmal hier hin. Glaub ich hier was übersehen? Oh. 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 Oh Gott. Oh Gott. Hier war ich schon, ne? Ja. Hm. Hm. Sehr seltsam. Ah, da ist noch was. Gute gesehn. Okay. Ist auch nix. Hm. Komisch. Hier ist nix mehr. Oh, Gottes Willen. Ich muss mit dem Zahnrad irgendwas tun. Okay. Aber ich glaube, das mache ich auch beim nächsten Mal hier bei der Evil Within. Heute nicht mehr. Und dann schauen wir mal. Und dann muss ich halt jedes einzelne Ding einzeln durchprobieren. Was soll's. Ne? Also dann bis zum nächsten Mal hier bei der Evil Within. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Setting Up. Los Sun creatures الح eigen.